Steinwood Tracking Rucksack Dieser Tracking Rucksack hat ein Fassungsvermögen von 70 Litern und ein Gewicht von 2 kg. Du kannst den Backpacker-Rucksack auf deine Körpergröße einstellen, denn das Modell ist mit einem 8-Stufen-Rückensystem ausgestattet. Die Schulterlänge sowie die Höhe lassen sich unkompliziert anpassen. Mit den gepolsterten, breiten, S-förmigen Schultergurten erholst du einen zusätzlichen Tragekomfort. Das Rückensystem ist atmungsaktiv, was zu einer reduzierten Schweißbildung führt. Der Backpacker-Rucksack ist mit vielen Fächern und Netzen versehen, sodass du deine Sachen gut organisiert verstauen kannst. Zum Beispiel hast du aufgrund des Reißverschlusses an der Frontseite einen schnellen Zugang auf den Inhalt des Rucksacks. Kleine Dinge kannst du in die beiden Außenfächer legen, die ebenfalls schnell durch Reißverschlüsse zu öffnen sind. Für deine Wasserflaschen oder Snacks befinden sich zwei Außennetze am Rucksack. Deine Wanderstöcke lassen sich einfach mit einem Klettverschluss am Rucksack fixieren.